Es ist kein Tisch. Es ist ein Stuhl. Es ist kein Karton. Es ist ein Bett. Es ist kein Bett. Es ist ein Karton. Es ist keine Lampe. Es ist ein Sofa. Es ist kein Kugelschreiber. Es ist ein Buch. Es ist kein Buch. Es ist ein Kugelschreiber. Es ist kein Sofa. Es ist eine Lampe. Es ist kein Kaffee. Es sind Süßigkeiten. Es sind keine Süßigkeiten. Es ist Geld. Es sind keine Süßigkeiten. Es ist Kaffee. Ist es Essen? Ja, ist es. Wo ist sie? Sie ist auf dem Auto. Wo ist sie? Sie ist im Auto. Wo ist es? Es ist auf dem Tisch. Wo ist es? Es ist in der Geldbörse. Wo sind sie? Sie sind in der Schachtel. Wo ist es? Es ist in der Schachtel. Wo ist sie? Sie ist auf dem Karton. Wo ist er? Er ist im Karton. Wo ist die Schachtel. Sie ist auf dem Tisch. Wo ist die Schachtel. Sie ist auf dem Tisch. Wo ist die Lampe. Sie ist auf dem Tisch. Wo sind die Frauen. Sie sind am Tisch. Wo sind die Frauen. Sie sind am Tisch. Wo ist der Mann. Er ist am Tisch. Wo ist das Essen. Es ist auf dem Tisch. Wo sind die Blumen. Sie sind auf dem Tisch. Wo sind die Manager. Sie sind am Tisch. Wo ist der Kaffee. Er ist auf dem Tisch. Wo ist die Frau. Sie ist auf dem Tisch. Auf dem Sofa. Wo ist sie. Sie ist auf dem Bett. Wo ist es. Es ist auf dem Bett. Wo ist es. Es ist in der Geldbörse. Wo ist sie. Sie ist auf dem Stuhl. Wo ist sie. Sie ist auf dem Sofa. Wo ist sie. Sie ist am Tisch. Wo ist sie. Sie ist im Auto. Wo bist du. Ich bin am Tisch. Wo bist du. Ich bin am Tisch. Wo bist du. Ich bin an der Tür. Wo bist du. Ich bin im Auto. Wo bist du. Ich bin im Bus. Wo bist du. Ich bin im Auto. Wo bist du. Ich bin im Auto.